Geil! Geile Musik! Naja, vielleicht, aber... Naja, deshalb habe ich mich gefragt, ob du den vorher nicht wieder zumachen willst. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Naja, das ist doch bei mir. Das haben die bisher nicht in den Kopf gekriegt. Wenn ich Musik höre, muss ich mich bewegen. Das geht nicht anders. Möglich? Ja, tut mir leid. Hier, das ist das Gelbe hier, ja? Ja, das ist das Gelbe, ganz genau. Auf, bitte! Fünf... Fünf... Jahre trennen mich vom A... 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 Scheiße, was ist denn das? Trennen mich vom A... Vom A... Es blieb das Scheiße! Affentum! Ganz einfach Affentum! Affentum! Ja, genau. Jetzt geht's. Was? Ja, das ist richtig, wie Sie an der Gestnung sind. Also, okay, keine Ahnung. Ich habe das jetzt nicht mitgedacht. Ich kann nicht so schnell lesen und das mitdenken. Das war einfach fast so. Aber, Marco... Überlebte diese Zeit, doch wird's schluchzen, schmerzhaftes Löhle suchen durch das Blecken, 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 einer Kokoslos, beklochender Kistmann in den Schädelzungen, Blecken, 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 Blecken! Wenn wir jemand nahe kamen, wenn wir jemand zu nahe kamen, wenn wir jemand... Steffi! Das waren die ersten Beschäftigungen in dem neuen Leben. Ich kann natürlich das damals Affenmäßig gefühlte nur mit Menschenworten nachzeichnen und verzeichnen, es in Folge dessen. Aber wenn ich auch die alte Affen-Wahrheit nicht mehr erreichen kann, wenigstens in der Richtung meiner Schilderung liegt sie daran, ist kein Zweifel. Kein Zweifel. Kein Zweifel! Kein Zweifel! Schweinsschweiger B50. Danke, sehr gut. Danke, sehr gut.